So Leute, es ist wieder GenKirby. Heute verkünde ich, welches Spiel gewonnen hat bei der Neuwahl. Und weil es neun Plätze waren, werde ich alle auch vorlesen, mit wie vielen Stimmen sie welchen Platz erreicht haben. Es war sehr knapp hier und da, das muss ich schon mal sagen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir es einfach mal alle gemeinsam durch. Auf dem neunten Platz liegt Heavy Rain mit fünf Stimmen. Platz 8 hat eine Stimme mehr, und zwar sechs in Famous. Platz 7 hat zufälligerweise auch sieben Stimmen bekommen. Das war Kingdom Hearts. Platz 6 hat Super Mario Galaxy mit acht Stimmen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Es gibt vier Zweitplatzierte, weil die alle die gleiche Anzahl an Stimmen haben. Auf dem zweiten Platz, mit jeweils neun Stimmen pro Spiel, sind gelandet Saints Row 1 Uncut, Tales of Xillia, Far Cry 3, The Amazing Spider-Man, und somit, wer jetzt aufgepasst hat, ist der Gewinner Crash Bandicoot mit elf Stimmen. Ich werde Crash Bandicoot 1, let's playen. Und wenn es euch gefällt, verspreche ich euch, machen wir gleich die ganze Trilogie. Ich mache die ersten drei Teile. Warum nicht? Weil der eine oder andere meinte, das ist ja vielleicht zu kurz. Dann schauen wir mal, wenn ich meine ganze To-Do-Liste dieses Jahres durch habe, ob wir die anderen nicht dann mit ins Boot holen. Aber aufgehoben ist ja nicht gänzlich aufgeschoben, wie man so schön sagt. Crash Bandicoot 1 startet morgen, beziehungsweise übermorgen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mit dem Zeitmanagement hinkriege. Und es gibt noch eine kleine Überraschung für dieses Let's Play. Allerdings müsst ihr dafür den ersten Part schauen. Mehr will ich nicht verraten. Und ja, wir sehen uns. Bis dann, Leute. Da-da-dum.